Einen wunderschönen guten Tag, Freunde von Windows. Ich möchte euch mal was zeigen. Ich weiß, jetzt werden sich die ein oder anderen Apple-User, die werden sich jetzt ganz, ganz krass beleidigt fühlen. Das ist ja hier ein MacBook Air. Wenn ich es mal umdrehe, sehen wir gerade ein Windows-Logo. Windows wird gestartet. Hier läuft ja eigentlich MacOS drauf, in dem Fall in Catalina. Das ist kein ganz taufrisches MacBook Air. Ich weiß, es ist jetzt auch nicht so das Geheimnis, auf einem MacBook Windows laufen zu lassen. Nur die Sache ist die, hier ist kein Windows drauf. Ihr seht es ja eigentlich schon, dass jetzt hier gerade Windows drauf läuft. Liegt nur an dem Stick. Und Windows ist nicht auf dem Computer drauf. Windows ist auf diesem Stick drauf. Das ist praktisch ein Windows-To-Go. Und dieses Windows-To-Go funktioniert nicht nur bei irgendeinem anderen Windows-Tablet oder bei einem Computer. Es funktioniert auch bei meinem MacBook Air. Ich kann jetzt nicht ganz normal mit Windows arbeiten. Also ganz normal nicht. Aber wie ich das gemacht habe, mein Windows-To-Go. Und wie gut das Ganze funktioniert, ob es Einschränkungen gibt oder nicht oder Vorteile, Nachteile etc. Das werde ich euch jetzt erklären. Viel Spaß. Okay, jetzt wollte ich natürlich fragen, wie habe ich auf meinem MacBook jetzt Windows gestartet. Ich habe gerade noch was anderes gecheckt. Dazu kommen wir dann gleich noch. Also wer ein bisschen jetzt darauf geachtet hat, wie ich das Ganze gemacht habe und jetzt schon Bescheid weiß, der hat vielleicht auch noch eine andere Frage durch. Und die jetzt auf der Seele brennt. Und die ich dann später beantworten werde. Es wird super mysteriös. Aber, wie habe ich das jetzt überhaupt gemacht? Wie habe ich jetzt Windows da vom Stick gebootet auf den MacBook? Es geht Windows 8.1, Windows 10 und Windows 11. Kann ich hier auf dem Stick, auf dem bootfähigen Stick installieren und dann von dem Stick starten. Und dabei ist es natürlich völlig egal, ob ich den Stick in den Computer stecke, ob ich den Stick in den Notebook stecke. Obwohl es die Frage ist, was ist mit dem MacBook M1? An der habe ich nicht gedacht. Ich habe jetzt natürlich einen älteren MacBook. Aber jetzt mal kurz gezeigt. Also die Software. Kommen Sie sich runterladen. Gibt es hier halt auf der Website. Es gibt eine kostenfreie Version, die extrem eingeschränkt ist. Ansonsten halt kostenpflichtig. Da gibt es aber dann zumindest einen Gutscheincode zu 20%. Verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Zusammen eben mit der Software hier. Schön. Also Windows 11 to go im Prinzip. Oder Windows 10. Die haben jetzt natürlich Windows 11 geschrieben, weil das einfach die aktuelle Version ist. Und die Software selber gibt es für Windows, aber auch für Mac. Einfach runterladen, installieren. Sieht dann so aus. Bei euch wahrscheinlich ein bisschen größer. Ich weiß nicht, warum es bei mir so klein ist. Wir können hier also das Betriebssystem auswählen. Windows 11, Windows 10, Windows 8.1. Kommen wir hier noch die Sprache einstellen. Installationssprache, denke ich mal. Keine Ahnung. Nimmt halt einfach Deutsch. Und 64 Bit oder 32 Bit. Das ist von eurer Hardware abhängig. Genauso auch, ob ihr EFI oder MBR wählt. Heutzutage, oder seit, helft mir mal weiter, seit 2010, sind Computer auf EFI umgestellt. Aber wahrscheinlich schon ein bisschen früher. Und vorher hatten die immer über den Master Boot Record, eine MBR, gebootet. Also die hatten halt immer diesen Master Boot Record. Das ist dann, glaube ich, auch davon abhängig, wie das Stick halt beschrieben wird. Auch mein MacBook hier, das ist ja von 2011. Der alte Knochen. Der ist auch schon auf EFI. Und hier wählt ihr dann euren USB-Stick. Das Ganze kann man sich mit Sicherheit auch selbst basteln. Ich muss auch zugeben, das wäre mir jetzt auch ein bisschen too much, das selbst zu machen. Ja, dass die Software ist, wie immer, für die Leute, die halt davon keine Ahnung haben, die sagen, ich hätte gern halt Windows auf dem USB-Stick für unterwegs und will das jetzt einfach so leicht wie möglich. Ja, das ist, glaube ich, leichter als das geht dann wirklich nicht. Je eben auswählen. Windows-Version, dann eben Sprache. Ja, können wir immer noch gemeinsam machen. Ja, Deutsch. 64 Bit. Stimmt auch in den meisten Fällen. Also, wenn ihr jetzt nicht genau wisst, was ihr für Hardware habt, dann nehmt 64 Bit und EFI. Und hier kann man dann eben den Stick auswählen. Und ihr seht, hier ist die eigene Festplatte glücklicherweise nicht zur Wahl. Also, man kann nicht mit der Software das eigene System zuschießen. Und dann einfach auf Installieren hitten. Da passiert sonst nicht mehr. Also, ich kann es jetzt nicht vorführen. Ich habe jetzt gerade hier die Demo. Also, ich habe auch eine aktivierte Version, aber halt auf einem anderen System. Aber wie schon erwähnt, einfach auf Installieren drücken. Und dann wird der Stick beschrieben. Er wird bootfähig gemacht. Es wird eine Windows-Version aus dem Netz geladen. Und dann auf den Stick halt fertig installiert. Und dann müsst ihr den Stick einfach nur in euren Notebook stecken. Euren Macbook, euer Computer, immer so weiter. Das ist vollkommen egal. Ihr müsst natürlich dann auch auswählen, dass ihr vom Stick bootet. Das kann ich euch jetzt nicht zeigen, weil das ist vom System abhängig. Beispiel. Bei Apple muss man während des Boot-Vorgangs die Command-Taste gedrückt halten. Und dann kommt ein Boot-Menü. Und dann kann man einfach den Stick halt auswählen. Bei normalen Computern muss man mit F2 oder mit Entfernen. Da sind immer verschiedene Tasten. Jeden hast System. Das findet ihr alles im Internet, wenn ihr das raus. Muss man da ins BIOS booten und kann da die Boot-Reihenfolge halt festlegen. Aber häufig ist USB als First Boot, die war es eh vorhin gestellt. Das heißt, das System erkennt den USB-Stick beim Starten und startet vom USB-Stick. Der Boot-Vorgang ist dann natürlich auch von der Lesegeschwindigkeit des Sticks abhängig und von euren USB-Anschluss. Das kann also alles länger dauern. Die Frage mal beantwortet, die ich am Anfang schon so ein bisschen aufgeworfen habe. Beziehungsweise die Frage erst mal gestellt. Ihr wisst ja gar nicht, worum es geht. Ist die Version eigentlich aktiviert? Und ich habe nachgeschaut. Da steht, ja, ist mit einer digitalen Lizenz aktiviert worden. Der lädt ja die Installation runter, installiert eben Windows auf den Stick, aktiviert die dann aber auch gleichzeitig. Also steht zumindest bei mir im System, steht drin. Und das ist ein MacBook. Der kann den Schlüssel nirgends vorher gezogen haben. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass jede Windows-Installation immer mit der gleichen Lizenz aktiviert wurde. Kauft euch die Windows-Lizenz und aktiviert das selber. Nächste Frage. Treiber. Treiber werden natürlich nicht installiert. Windows kommt mit einer eigenen Treiber-Datenbank daher. In dieser Datenbank sind sehr, 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 sehr viele Treiber hinterlegt. Aber, wenn man halt Pech hat, ist tatsächlich einer nicht dabei, der man benötigt. Ich habe den Stick nicht nur an meinem MacBook verwendet, ich habe ihn auch an meinem Xiaomi-Notebook verwendet. Das Xiaomi-Notebook kann ich euch nicht zeigen, damit filme ich gerade. Doch, doch, ich kann es euch zeigen. Tö, das ist das hier. Das benutze ich gerade und zeige euch alles. Das ist jetzt wahrscheinlich Zufall. Aber bei meinem Xiaomi-Notebook ging das Touchpad gar nicht. Bei meinem MacBook geht das Touchpad, aber ich kann das Tappen nicht verwenden. Also nur der mechanische Linksklick und Rechtsklick funktioniert. Warum? Weil Windows in dem Fall halt durch Zufall den entsprechenden Touchpad-Treiber nicht parat hat. Das ist aber ganz normal. Wenn ihr Windows auf ein System installiert, ist die Chance nun mal durchaus vorhanden, dass gewisse Treiber eben so exotisch sind, dass die in der Datenbank nicht dabei sind. Dann müsst ihr die vorher sichern oder euch irgendwie organisieren und dann halt nachinstallieren. Das geht. Denn euer USB-Stick ist nun Laufwerk C. Die anderen Laufwerke sind immer noch vorhanden. Die Daten sind immer noch drauf. Dann könntet ihr unter Umständen auch drauf zugreifen, je nachdem was für ein System das war. Aber das ist dann auf Laufwerk DEE, je nachdem wie viele Platten ihr in dem System drin habt. Aber der USB-Stick, der ist dann das neue Laufwerk C. Das ist die Systemplatte. Ich habe jetzt einen 64 GB Stick, ihr könnt auch einen 256 GB Stick nehmen und dann ist das eben eure Systemplatte. Und dann kann es nochmal beschrieben werden. Die Daten werden auch gespeichert. Die bleiben euch erhalten, nachdem ihr das System herunterfahrt. Wenn ihr von dem Stick auch das erste Mal bootet, kommt ein Einrichtungsassistent. Das heißt, ihr könnt dort die Systemsprache festlegen. Das ist das Tastatur-Layout festlegen. Ihr könnt euch im WLAN einloggen und ihr könnt, wenn ihr das wollt, Windows-Konto verwenden, euch halt anmelden oder ein Offline-Konto erstellen. Das wird alles gespeichert. Das ist also nicht wie diese selbstlöschende Sandbox. Gibt es ja unter Windows auch. Die, wenn man sie beendet, dann aber auch tatsächlich alle Daten löscht. Und wenn man die Sandbox wieder startet, dann muss man alles eben neu machen. Auch alle Programme neu installieren. Das ist bei den Stick aber anders. Das ist damit nicht zu verwechseln. Man kann das praktisch auch als Sandbox verwenden. Wobei ich nicht glaube, dass es genauso sicher ist wie eine richtige Sandbox. Aber auf meinem Xiaomi Notebook habe ich zum Beispiel Windows 11. Mache ich den Stick dran, starte von dem Stick und habe plötzlich Windows 10. Erstmal ist dann mein Startmenü wieder an der gewohnten Stelle. Das ist es mir schon fast wert. Der andere Punkt ist aber, ich könnte jetzt mit den Systemen rumexperimentieren. Ich kann es mir komplett zerschießen. Und sobald ich den Stick wieder entferne, naja, also man sollte erst den Computer runterfahren. Ansonsten wäre es ja, wie wenn man im laufenden Betrieb einfach die Festplatte abstöpselt. Wenn ihr gerade drauf schreibt, kann sein, dass ihr Windows damit crasht. Was natürlich nicht so das Drama ist, ist dann nur euer Bootstick Windows. Das ist euer Windows to go. Davon jetzt mal ganz abgesehen. Ich kann damit rumexperimentieren, wie ich will. Da kann ich auch mal ein Programm installieren zum Beispiel. Oder das ganze System zumüllen oder sonst nicht was. Das spielt keine Rolle, weil sobald ich das System runterfahre, den Stick abziehe, das System wieder hochfahre, startet mein Notebook ja wieder Windows 11. Und da ist alles in Ordnung. Das sind zwei komplett getrennte Systeme. Das eine ist auf dem Stick, das andere ist eben auf meiner Festplatte oder M2 SSD oder was immer ich halt in meinem Computer verbaut habe. Was haben wir noch für Möglichkeiten? Ihr habt ja eben gesehen, hier rechts gibt es drei Menüpunkte. Win to go Creator, voreingestellt, neu installieren, das eben genau das, worüber wir gerade gesprochen haben. Man hat ein Windows auf einen USB-Stick, ein Startup für den USB-Stick. Und da ist auch noch alles drauf. Win to go Creator vom aktuellen PC. Neu installieren bedeutet, er zieht die Installation von dem Microsoft-Server. Dann installiert das auf den Stick. Vom aktuellen PC heißt er aber, er macht sozusagen ein Backup oder ein Image von der Systemplatte. Und macht das dann halt bootfähig auf den Stick. Das heißt, ihr habt das System, was gerade ist, natürlich dann der Ist-Zustand. Sehr klar, das aktualisiert sich dann nicht. Ihr bekommt den Ist-Zustand von eurem System auf den Stick und könnt ihn dann sonst nicht woanders booten. Oder vom Use auf sichern, das ist so eine schöne Image. Ja, das Problem ist natürlich, dass der Stick dann entsprechend auch groß sein muss. Das würde bei mir nicht funktionieren, weil da sagt er, er will 60 GB haben. Ich habe jetzt hier, das ist nur beispielhaft, habe ich jetzt eine SD-Karte drin, mit 57 GB, also Netto-Kapazität. Windows-Installationslaufwerk Creator. So wie ich das verstehe, ihr habt jetzt wieder die gleichen Auswahlmöglichkeiten. So wie ich das verstehe, ist das im Großen und Ganzen das Microsoft Media Creation Tool. Hier mit integriert, das heißt, ich kann das Windows-Setup auf einem bootfähigen Laufwerk installieren. Muss im Übrigen nicht unbedingt nur Space-Stick sein. Ihr könnt auch eine externe Festplatte zum Beispiel verwenden. Aber immer daran denken, das ist natürlich dann alles deutlich langsamer, weil die Lese- und Schreibgeschwindigkeit von einer externen Platte oder eben von einem Space-Stick wesentlich geringer ist, als die Lese- und Schreibgeschwindigkeit eben von einem 2 SSD. Irgendso mag man Shit. Okay, ja, also ja, Windows Media Creation Tool ist halt hier mit integriert. Witziges kleines Tool auf jeden Fall und ich kann jetzt Windows eben auf meinem Mac verwenden. Kannst du wenigstens mal schauen, wie es da läuft, so Macbook mal zu entehren mit Windows 10. Läuft im Übrigen recht vernünftig drauf. Also, ja, der bootet eine Weile, das stimmt schon. Und dass ich die mechanischen Tickets verwenden muss, hat jetzt keine Lust, da ist noch Treibern zu suchen. Aber ansonsten gibt es keine großen Einschränkungen festgestellt und ich kann es tatsächlich da mit den alten MacBook Air das auch da Windows drauf verwenden, wenn ich sage, ja, zum Beispiel das Mac OS, was dann noch supportet wird, ist mir zu alt. Wäre eine Möglichkeit. Wobei, in dem Falle, das ist zum Ausprobieren ganz witzig. Will ich das auf Dauer nutzen, wäre es auf jeden Fall sinnvoller, mit dem Windows Media Creation Tool sich dann halt Setup auf den Stick zu kopieren und dann Windows dauerhaft zu installieren auf den MacBook. Wirklich für die maximale Performance. Okay, jetzt habe ich genug gequatscht und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ich hoffe, euch hat das für ein bisschen gerade geholfen. Wenn ihr einen Daumen nach oben und so. Auch wenn das ein gesponsstes Video ist. Ja, das sehen ja viele aber nicht so gerne. Und wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Ciao.